Noch eins oder was, Schatz? Ja, sicher? Ja. Achso. Letztes aber? Ja. Okay. Das ist geil, das Game, ne? Das hast du schon mal gesagt. Ja. Geil, ja? Ja, ja. Aber heute ist mein bester Rainbow-Tag. Meinst du mein, oder was? Voll erbärmlich. Oh, der bleibt sogar drin. Er bleibt sogar drin hier. Würde ich sagen, neue Runde, neues Glück. Oh, nee. Boah, Spieler, neue Runde, neues Glück. Alles klar, bis zum Schluss schauen. Bis der nächsten Mal. Tschüss. Ich starte mal. Das ist jetzt fertig, das Spiel. Das ist jetzt fertig, quasi. Es liegt an Uplay. Komm in die Community. Boah. Äh, hallo? Ich will starten. Hallo? Da steht Überprüfung und Aktualisierung. Das lädt bei mir noch. Bei mir ist er fertig, ich bin im Hauptmenü. Nö, bei mir lädt es noch. Eich. Ach so. Ah, jetzt, 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 Spieler sind. Okay, jetzt. Hä? Multiplayer? Achso, achso, ja. Ich kann es nicht starten. Bei mir lädt er. Ich gehe mal auf den Multi... Warte mal, warte mal. Ich bin in dem Multiplayer drin. Geh raus. Okay. Bist du draußen? Ja. Ich kann den auch nicht starten. Multiplayer? Nee. Locker? Tut sich nichts. Und sonst so? Oder spielen wir mal neu starten vielleicht? Vielleicht macht das was aus? Youplay neu starten? Mhm. Ich glaube, es sind eher die Server, oder? Neue Lobby erstellen? Ja. Ich mache mal kurz Druck verlassen. Okay. Und lade euch einfach mal hier ein. Jo. Ja? Bin drin. Spielbeitritt? Jo. Warum? Jo. Geht. Lol. Ja, wie geht der Brain? War Hammer, was? Neuer Wunde, neues Glück, oder was hier? Wollte player locker, oder was? Seid ihr locker drauf? Ja, wir sind locker drauf. Oh. Achso, jetzt verlassen alle. Die sind, glaube ich, zugestört. Hat jemand Push-to-Talk gemacht gerade, oder was? Kann sein, ne? Ich habe eben noch keinen Plan, wie das funktioniert, ne? Mit dem Reden. Da muss ich jetzt mal gucken. Taste F10, Optionen, Steuerung. Da haben wir auch schon geguckt. Ich check's halt nicht, was die meinen. Drücke deine Push-to-Talk-Taste. Wo ist die denn? Muss man die noch einstellen? Wahrscheinlich schon unter Steuerung. Toll, wieder ein 20. Was ist denn das? U, standardmäßig. Bitte? U ist das standardmäßig. Ach, U? Hm. U, oder was? Das ist logischer Buchstabe. Es geht los, Jungs. Ich weiß nicht, warum das U ist. Verteidigen. Geht das denn jetzt? Hört ihr mich? Nein. Ne, aber... Hallo. 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 Ja, ja. Jetzt. Hallo, guys. Wie wenigstens Battle, okay? Ach du großer Gott, was ne Quali, alter. Ja, man. So, Carlos am meinem Team und Kini... 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 Kommt ihr hier mal aus Deutschland? I'm from Ration. What the fuck? So, lädt oder was? Das ist nicht schlecht, wenn man ganz schnell schreit, behind you! Oder so. Wenn man das hat. So push-to-talk-mäßig. Ja, stimmt. Was für eine ganz, ganz so eine One-on-One-Situation, wenn du weißt, wo der Gegner ist. Deswegen war halt ein Fünfer-Team im Team-Speak nicht schlecht. Das ist richtig. Ja. Wir hätten mal die anderen einladen können eigentlich. Hätte, hätte. Von gestern. Müsste, müsste Fahrradkette. Come on, come on. Ist schon ein Jahr her, ja? Trotzdem. Immer noch im Kopf, ne? Immer noch. Müsste, müsste Fahrradkette oder was? Was bin ich hier? Was bin ich? Was müssen wir machen? Alles klar, Jäger. Rüstung erneben, nur Rüstung erneben! Warte, ich muss erst mal ein Verteidigungssystem aufwarten. Ah, hier ist klar, Garagentor sichern. Oh ja, jetzt ist das Garagentor. Ist nicht das nicht, Garagentor? Mach mit. Ein Garagentor ist noch offen. Warte, was macht ihr? Das macht ihr schon zu? Boah, wie die Wände hinter uns sind. Halt komplett. Sind es diese? Wir haben hier Drohnen. Äh, da ist Drohnen drin. Unten unterm Boot. Okay. Hä, wo ist die hin? Wir haben noch zwei Rüstungen übrig. Jetzt stell doch dieses Karagentor dahin, bitte. Dankeschön. Hab's noch. So, kann von oben was kommen hier? Nee, ne? Äh, oben? Nö. Warte, nicht. Ach, hier drin ist auch relativ safe, ey. Fuck, ey. Ich hab schon wieder so eine Scheißdrohung, Alter. Alter. What the fuck? Ohoho. Ich kann sie da abbauen, ne? Aua, aua. Von wo? What the fuck? Ich wurde grad getroffen. Als ich beim Boot stand. Hä? Das ist ein richtig idioter Pett hier, ne? Hä? Wo, 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 wo? Äh. Hallo, kann mir mal jemand vorraten, von wo das kommt? Gerade nicht, ne? Durch die Wand hier. Durch die Wand hier. Hab einen. Alter. RIP my life. Ich weiß nicht genau, wo du kam mit mir. Alter. Bei mir ist es still. Die können über die Decke oben kommen, ne? Ja. Boah, Alter, hier ist das Erdbeben gerade, ne? Der macht halt einfach die Tür auf, als gäbe es kein Morgen mehr. Der macht sie wieder zu, als gäbe es kein Morgen mehr. Wahnsinn. Ja, und der stirbt. Ne, er holt einen. Nein, Alter, fuck! Da ist noch einer, da ist noch einer, wo, äh, wo ich vorhin den anderen erschossen hab. Durch das Loch. Der, 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 der aimt da noch rein. Am Boot, ich glaub. Der andere ist jetzt auch tot, Rico. Der, der guckt da noch rein. Lebt noch einer von euch? Ja, beide noch. Ja, genau, wer ist denn das jetzt? Den punkte ich ihn grad zu. Über uns? Carlos. Wo sitzt denn du grad? Da ist einer oben, der will gleich rund, da. Da seh ich... Teserstrahl? Das ist meiner, glaub. Echt? Dann ist der durchge... Ja, stimmt. Okay. Äh... Schatz, tritt dich mal um, bitte. Wo bist denn du grad? Äh, wo bin ich denn gestorben? Bei dem Boot bin ich gestorben, da hat noch einer reingeaimt. Guck, guck ich nicht an. Schüchtern. Oh, ja, 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 ja. Einer kommt Tür, einer kommt Tür, 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 Tür. Der möchte ich hit. Ne, warte, wenn ich ihn... Durch die Wand... Ja, 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 ja. Der hat, der hat auch hit, der hat auch hit. Wenn's der selbe war, dann hat er wahrscheinlich jetzt gar kein Leben mehr. Wurde entdeckt, das kann ich wahrsehen. Hinter... Kann der mit hinterher schlafen? Kommt die Dürme rein? Das gibt's! Wie ich mit One-Hit sterbe! Ja, ich bin auch gestorben. Das ist geil, das ist geil, ey. Links! Wuhu! Geil! Nice! Da macht das, oder was? Da macht das! Ich zieh schon am Mikro vor uns. Sorry, Alter. Da kommen Emotionen, Hora. Ne? Vom Angriff läuft's besser jetzt, ey. Wir könnten fast fusen, ne? Wenn wir keinen Dingens haben, keine Geisel. Stimmt, wir könnten fusen, ne? Ja. Fusen? Ja. Will jemand fressen? Ja, nehm du Fus oder so. Fusen. Furzen? Ja. Live in der Aufnahme so... Könnte halt mit dem Schild geil gucken, wo die drinnen rumstehen und könnte dir sagen, wo du dann rein furzen musst, quasi. Freifurzen? Freifurzen? Ins Gebäude rein furzen, oder was? Ja, schuldig. Bestes noch mit dem Feuerzeug dann. Oh Gott. Das ist so ein Flammenstrahl, so. Ich geh mal direkt hoch. Ich geh runter. Oh Gott. Die sind oben. Die sind oben. Ich geh nicht mal runter. Ich geh nicht mal runter. Ich geh nicht mal runter. Ich bin toter. Instant toter. Nee. Zielhörter. Heute ist glaub ich, mein Rainbow Sixzer kann das sein. Deiner, nicht so. Ich muss mir meine Agenten fragen. Guido. Äh, Guido für mich wahrscheinlich, ja. Ist mein Agent. Ja, die sind oben. Ja, richtig. Ja, ich glaube. Jo. Hä, hat er mich schon gesehen? Five seconds to go. Okay, weiter zum Standort. Sichern. Ja, easy peasy. Machen wir, ne? Ja. Oh, ich müsste mit dieser scheiß Schafhüttenklasse immer noch ne Runde gewinnen. Diese Herausforderung. Da oben könnte man so ne Fuse hinmachen. Wir sollen sichern? Soll ich rein dingsen? Geht das durch so ne Panzer... Soll ich rein dingsen? Geht das durch so ne Panzer... Soll ich rein dingsen? Ja, geht das durch ne Panzer? Ich probier's, ich probier's, ich probier's. Ist da keine Geisel, ne? Ist ne... Ist ein Biobehälter. Dann... Ja, kann ich. Achtung. Mach mal, komm, go, go, go. Oh, scheiße, ist blockiert. Geißer. Du wurdest entdeckt. Hier ist irgendwann ein scheiß Kerl mehr. Äh. Das ist dann... Nicht mehr wo? Kommt ihr mit mir mit? Also zumindest einer? Achso, wo bist du denn? Okay. Ich folg dir aber nicht. Äh. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße! Das gibt's doch nicht! Ich... Würde gern hier links gucken. Ich glaub da steht einer, ne? Oh, ich hab ihn einfach nichts abgezogen, ey. Oh mein Gott. Geradezu ist einer. Warte, dich hinter uns gerade. Geradezu ist einer, der hat keine HP mehr, ganz low noch. Ganz hinten den Gang runter. Ich glaub unten war einer. Hinter euch. Könntest du mal hinter uns gucken, Rico? Ja. Ich bin... Ich hab... Ich hab die Kamera. Feind draußen entdeckt. Mhm. Ich hab grad einen gesehen. Hab einen. Was? Ja, da ist eine Drohne. Achso, sorry. Ich wollte fast drauf schießen. Ich auch gerade. Weißt du, rot blinkt, ne? Ja. Mhm. Wo? Ach da... Ach da ist ein... Ach da ist ein Baum drin hinter dir. Achtung. Mhm. Da. Von hinten ist rechts, wo du warst. Ja, rechts. Rechts, rechts, rechts. Ich bin raus. Ich bin raus. Hä, wo fahren wir jetzt hier? Der kommt von der Treppe, ja. Soll ich gerade mal klicken. Oh nein, Schatz, bist du einzigsten noch? Alter, draußen? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist echt scheiße, ne? Ja. Oh. Ja, von oben noch, oder? Alter Finne. Na toll. GG. Waren die auf der anderen Seite? Das kann sein, dass der gegenüber steht an diesem... Auf diesem Depot da oben, ja. Nee. Kann man da hin? Ja, ja. Kannst du rein. Okay. Weg hoch. Da hinten, oder? Ich glaub hinter der Theke da, ja, wo du hinziehst. Hinten dran. Mein, ich hätt' ich einen Kopf gesehen. Bündig. Alter, die facken mich alle ab, ey. Ja, ja, genau. Schieß mir hinter die Theke da, ja. Ja. Da links, war da einer? Links? An der blauen Wand? Warte, ja. Okay. Ach, da durch die Wand. Ja, ja. Durch dat Loch, oder was? Alles klar. Ja. Alter. Krasser Scheiß. Du musst natürlich erstmal wissen, dass da noch einer ist, ne? Hm. Okay, komm. Schaffen wir ja doch wohl, oder? Ja. Komm ich nicht mal Mute. Spiel ich ja sonst nicht. Mute ist echt... Ne, das war nicht Mute, das war der andere. Muss... Ich muss halt ganz schnell sein, ne? Ganz schnell die Eingänge abdecken. Ja. Cool. Das ist das erste, was du machen solltest. Mhm. Dann die Rüstung nehmen und dann die Wände verstärken. Ja. Boom, 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 bam, boom, bam, 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 bam! ine Lars- Achso. � auf euch, das sind bestimmt hier nicht andere. Weg! Kann ich hier auch Panzer platzen? Bleib in der designierten Mission-Area. 10 Sekunden remaining. Geh nicht die Mission-Area. 5 Sekunden left. Deploying Jammer. Protect the Biohazard Container at all times. Hast du die ganze... Die Doppel-Tür? Kannst du die noch machen vielleicht? Welche denn? Hast du die hier? Ja. Aber nur mit den normalen, Alter. Achso, die anderen hast du nicht mehr. Nee, doch hab ich auch noch, aber die kann man nicht machen. Die Türen. Mit dieser Verstärkung. Die kann ich nicht machen. Nee, ich meine mit mittlerem Mausrad hättest du doch die... Achso, meinst du das? Das ist richtig Verstärkung. Ja, warte. Kann ich die Fenster auch machen? Ne, ne? Ja, kannst du auch. Auch? Soll ich machen? Das wär jetzt ziemlich gefährlich. Hast du Rüstung genommen hier unten? Nee. Oh oh. Ich glaub von rechts, oder? Bei unten ist einer. Ich hör doch von rechts hier was. Ja, hier. Hinter dir, pass auf. Hä? Was? Oh, sorry, sorry, ich hab das gespielt. Adi, du bist nicht tot? Nein. Alles klar. Aber da vorne, pass auf, da hat auch einer. Ja. Na los. Oh, Alter, das war doch mega. Mega knapp, warte, ey. Krass. Ich guck so, ey. Wo sind die denn? Ja, da rechts an der Treppe saß doch auch einer. Das war mein Team-Mate. Achso. Ich mein, auch mal was gemacht fürs Team hier, ey. Also, gut. Komm, ich nehm den Klauschützer, komm. Oh, boah. Okay. Den muss ich mir nehmen. Ich kann mich ja nicht von Ash trennen, ne? Obwohl die nix aushält, ne? 1. Go. Matchball. Easy to win, dieses Battle. I hope so. I hope so, too. Okay. Wie mich diese Meldung von Juppel oben links die ganze Zeit nervt, ne? Ja, ne? Das fack ich so ab. Der ist online, der spielt jetzt, der ist auch so. Deine Mutter ist online, Peter ist online, Frank ist online, das ist schon ein bisschen, wenn ich nicht sagen, nervig, aber wenn ich nicht sagen, ich hab das Ziel entdeckt, ich schau. Schau. Ja, ich seh das noch halt, was die machen dort, ob du gestört bist komplett. Hab einen. Die sind hier oben. Leu, wie er mich nicht sieht. Cool. All die Störsender, ne? Cool. Ja, die Störsender sind echt behindert. Und laufen. Ja, okay. Okay. Ja, klar, das war... In diesem Sinne schönes Wochenende. Was? Hä? Hä? Ich wurde halt entdeckt. Ach ja, die hier ist eine Cam irgendwo. War die nicht hier vorne? Achso, wahrscheinlich... Also, äh... Wo sind wir denn lang gegangen? Gerade hier lang? Dann auf der rechten Seite, ne? Wir sollten... Wir sollten dem Schildhiny folgen. Der Schildhiny ist... Wir haben zwei Schildhiny. Haben wir zwei Schildhiny? Ja. Die waren doch jetzt hier rechts, oder? Geradeaus rechts. Ja, genau. Hab ich irgendwie... Ich hab äh... Furze. Soll ich irgendwas machen? Soll ich mal reinballern hier? Kannst du machen. Wenn's geht. Die sind ja eh unten, ne? Aber hier wird noch nix sein, oder? Oh, macht einfach Spaß. Hehe. Okay. Hier gibt es immer Schuze. Kannst das Fenster... Kannst das Fenster jemand sprengen, irgendwie? Nee, das geht nicht. Scheiße. Sonst hätte ich das schon reingehoben. So, dann mach ich's auf, komm. Ach. Wir sind drin. Wir sind drin. Ja, wir sind drin. Lol. Nix gemacht hier. Hä? Was ist passiert? Hier hat das ganze Gegnerteam noch nix drin rein und haben die Bombe gesichert. Lol. Ach so. Aber keine Sau war da. Hä, was? Alles klar. Ja. Ja, das war ja locker. Das wär jetzt sicherlich. Ja, das war's. Das war jetzt echt bisschen low, ne? Die haben nicht gescheckt, was die machen sollten, die Gegner. Aber ich will mich nicht beschweren, ne? Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. GG. Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Ja. Würde ich auch sagen. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Guten Rutsch ins Jahr 2017, falls die Folge später kommt. Schatz, machst du noch eins mit oder gehst du ins Bett am besten? Anderson. Brav. TIET